Wir haben uns schlau gemacht, haben natürlich auch zahlreiche Praxisbeispiele aus dem Kundenumfeld hier mit einfließen lassen und möchten euch heute erklären, warum das Ganze so genial ist, warum das mehr Flexibilität ermöglicht, welche Vorteile es mit sich bringt, welche Zielgruppen das Ganze anspricht und vor allem, wie man an das rankommt.